Hallo, hier ist Tanja Grundmann von tanja-grundmann.de, der Beratungsseite für toxische Beziehungen und Hochsensibilität. Ich habe mal eine Liste zusammengestellt von Merkmalen hochsensibler Menschen, die sich vielleicht ein bisschen von dem unterscheidet, was man sonst so liest und hört. Denn mein Eindruck ist sehr stark, dass hochsensibel zu sein für manche wirklich eine Belastung ist und auch wirklich negativ konnotiert ist. Da verbinden viele mit Sensibelchen, nicht lebensfähig, überempfindlich und das ist absolut fern jeder Wahrheit. Das ist nämlich genau anders und ich habe mir gedacht, ich sage mal was dazu, wie ich das sehe. Das wirft vielleicht mal ein ganz anderes Licht da drauf. Ich habe viele Frauen schon in der Beratung gehabt, wenn darüber gesprochen wurde, dann haben die erst mal die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ach du liebe Güte, ich soll hochsensibel sein, die Himmelswillen. Also was offensichtlich überhaupt nicht vorkommt, ist auch, was da für ein großes Geschenk auch drin ist in dieser Hochsensibilität. Zugegebenermaßen ist es natürlich so, dass in sehr jungen Jahren ist das ein Kreuz, was man trägt. Das ist keine Frage. Und auch wenn man im Erwachsenenalter das nicht kultiviert oder ich sage mal urbar macht, also wirklich auch dieses hochsensible Wesen lebt, dann ist das tatsächlich ein Kreuz, was man trägt. Dann ist das wirklich, dann erschwert einem das das Leben. Wenn man die Hochsensibilität aber, ich sage mal, kultiviert und gut behandelt und die sich halt entfalten kann, dann ist das ein absoluter Segen. Ja, ich fange mal an mit meiner Liste. Die ist einfach so mal zusammengetragen. Da ist keine Chronologie irgendwie drin. Das ist auch nicht nötig. Ich fange mal an beim ersten Punkt. Also hochsensible Menschen haben in der Regel ein sehr starkes Wertesystem. Ich beschreibe dir erstmal ein bisschen, wie die sind. Wir haben ein starkes Wertesystem und das sind sehr liebenswürdige Menschen, sehr freundliche Menschen auch, die erstmal sehr, sehr offen auf andere Menschen zugehen mit einer gewissen Neugier, mit einer Herzensoffenheit. So, da kann erstmal auch jeder so sein, wie er ist. Die haben wenig Vorurteile in der Regel und jeder ist erstmal so willkommen. Und das sind sehr, sehr, ich sage mal, so anständige und rücksichtsvolle Menschen. Und die haben ein ganz starkes Wertesystem. Da ist Humanität, also humane Werte stehen ganz oben. Aufrichtigkeit steht sehr weit oben. Ein ganz, ganz starker Drang, das wirklich Richtige tun zu wollen. Also wirklich rauszukriegen, was wahr und was unwahr ist, was richtig, was falsch ist. Und zwar, ich sage mal so, nach ethischen Maßstäben. Die suchen immer so einen ethischen Leitfaden, weil sie tief in ihrem Inneren wissen, dass es nur da eigentlich lang gehen kann, wenn man gute Ergebnisse erzielen will oder eben auch ein anständiger Mensch sein will. Natürlich geht man da drin auch Lost. Das ist natürlich gerade in jüngeren Jahren echt ein Labyrinth, in dem man sich bewegt. Aber dieser Drang nach dem Richtigen, der ist in Hochsensiblen sehr, sehr stark ausgeprägt. Hochsensible haben einen sehr starken Willen. Also wenn die irgendwas wollen, dann machen die das. Also das sind echt Kämpfer. Und das sind diese Stehaufmännchen. Also wenn es irgendwie Gegenwind gab und nochmal Gegenwind und nochmal Gegenwind und nochmal Gegenwind, die stehen echt immer wieder auf und jedes Mal sind die stärker. Also die Willensbildung, die setzt erst so richtig ein, wenn es Gegenwind gegeben hat, wenn es Fehlschläge gegeben hat, wenn irgendwas überhaupt nicht funktionieren will. Und manchmal fällt es denen auch schwer, dann zu unterscheiden, wann ist Kämpfen sinnvoll und wann sollte man vielleicht irgendwas auch einfach mal aufgeben. Es gibt ja Dinge, die haben überhaupt keinen Zweck und von denen muss man sich auch wieder trennen. Die haben auf der einen Seite Hochsensible so ein extremes Durchhaltevermögen auch. Aber wie gesagt, das kann denen auch schon mal ein bisschen das Genick brechen. Es gibt schon mal Studiengänge, die man angefangen hat, wo man irgendwas studiert, was einem gar nicht liegt oder so. Und das fällt Hochsensiblen sehr, sehr schwer, sowas wieder aufzugeben. Also dieser starke Wille und die Hartnäckigkeit und das Durchhaltevermögen, was die haben, das kann in Einzelfällen schon mal so echt nach hinten losgehen. Aber auch da lernt man von, das ist alles nicht so schlimm. Aber wenn man wirklich was will und wirklich nach vorne will und irgendwas in die Welt bringen will, dann braucht man das und das braucht man auch, wenn man aus alten Limitierungen rauswachsen will. Da braucht man neben einer Fähigkeit, total ehrlich zu sich zu sein, braucht man einen starken Willen. Man muss ein Kämpfer sein und man muss tierisch hartnäckig sein. Also mit Hartnäckigkeit kommt man immer ans Ziel und Hochsensible können das. Das können auch andere, das sind nicht die einzigen Menschen auf dem Planeten, die das können. Aber das ist so ein bisschen diese Zusammenstellung von Eigenschaften. Also die haben erstmal ganz, ganz viel, was man braucht, um sich zu befreien. Und das wird sehr oft übersehen von anderen und auch von ihnen selbst. Also das ist erstmal ein Geschenk, was man da in den Händen hält. So haben Hochsensible auch ein sehr starkes Ja zum Leben. Also egal, wie oft die verletzt worden sind, die wollen immer noch leben. Die haben totalen Bock zu leben, die haben so eine Liebe auch zum Leben. Das liegt vielleicht auch ein bisschen in dieser Natur, dass sie nicht aufgeben können und wollen. Und ja, die stehen, wie gesagt, auch da immer wieder auf. Egal, wie stark die Rückschläge waren. Irgendwie erholen die sich, die schöpfen wieder Kraft, ob sie wollen oder nicht. Und dann stehen die wieder da und machen weiter. Und da ist eine echte tiefe Liebe zum Leben auch bei allen Hochsensiblen spürbar. Und auch das ist was ganz Wunderbares, auch wenn einen das erstmal sehr verletzbar macht. Das ist nachher, entpuppt auch das sich als etwas, was man braucht, um, ich sag mal, wirklich sich selbst zu finden und das Richtige zu tun. Also so, dass das Leben eben in diese Bahnen kommt, nach denen man sich so sehnt, in eine schöne Beziehung, in ein erfülltes Berufsleben, vielleicht auch in schöne Lebensumstände, dass man so leben kann, vielleicht auf dem Land oder wo man eben leben möchte, so wie man das möchte. Also diese Liebe zum Leben, die zwingt einen irgendwie auf diesen Pfad. Was Hochsensible auch haben, auch das wird ihnen oft erstmal zum Verhängnis und entpuppt sich nachher als ein sehr großes Geschenk. Das ist, dass die einen völlig anderen Wahrnehmungsradius haben als viele andere Menschen. Die nehmen schlichtweg mehr wahr. Die nehmen sich selber besser wahr. Die nehmen mehr Feinheiten wahr. Und dadurch wissen die manchmal auch einfach. Also manchmal wissen die irgendwas. Oder können zum Beispiel Entwicklungen hochrechnen. Also wenn irgendwo was entschieden wird, wissen die sehr früh schon, ob es das bringt oder ob das nach hinten losgeht. Und wenn man jetzt hochsensibel ist und das sagt, was man da sieht, wenn man da zum Beispiel irgendwie eine fatale Entwicklung sieht, und man sagt das, da wird man gerne schon mal mit großen Augen angeguckt, da heißt es dann, du urteilst aber schnell. Ja, der Hochsensible hat nicht geurteilt, der kann das sehen. Also die können Dinge sehen, die einfach andere nicht wahrnehmen können. Und das führt natürlich manchmal zu ganz starken Dissonanzen, vor allen Dingen in ganz jungen Jahren. Da sehen die einfach zu viel. Da wird denen auch nicht geglaubt. Und das ist später auch schwierig, weil man das als Hochsensibler nicht versteht. Die können sich meistens ganz gut ausdrücken, können solche Sachen gut auf den Punkt bringen oder sind auch sehr kommunikative Menschen. Die können das irgendwie und die haben selber das Gefühl, dass sie Dinge gut erklärt haben. Und dann wird das aber nicht verstanden und wird sehr oft verkannt und missverstanden. Weil man wird immer nur so weit wahrgenommen, wie der andere sozusagen selber ist. Also da, wo vielleicht der Wahrnehmungsradius größer ist, da, wo vielleicht ein anderer Reifegrad da ist oder so, da wird man nicht mehr wahrgenommen. Also da kann man erklären, so viel man will. Das nutzt leider nichts, sondern je mehr man erklärt, desto mehr wird das verdreht und fällt durch die Wahrnehmungsfilter der anderen. Und die machen da was draus, was sehr oft genau das Gegenteil von dem ist, was ein Hochsensibler eigentlich hat sagen wollen. Und das ist, das kann sehr lange sehr, sehr schwer sein, sehr, sehr schmerzhaft sein. Und vor allen Dingen, wenn man das noch gar nicht versteht, wenn man diese Mechanismen gar nicht so richtig kennt und immer wieder vor diese Wand rennt und versucht, sich zu erklären. Oder Dinge darzulegen, die von anderen vielleicht nicht wahrgenommen werden. Die können das nicht und die wollen das vielleicht auch nicht. Und da hat sich schon mancher Hochsensibler wirklich mit sehr, sehr wehgetan. Und was auch sehr schmerzhaft natürlich ist, ist, wenn das immer wieder passiert und man hat so diese Parameter noch nicht, an denen man erkennen kann, wo das sinnvoll ist, mal sowas zu sagen und wo man eben besser schweigt. Und das für sich behält und das am besten dann abends dem hochsensiblen Ehemann oder der hochsensiblen Freundin oder so erzählt. Ja, also das ist ein Wahrnehmungsradius. Man kann das vielleicht ein bisschen so vergleichen mit, hochsensible können etwas integraler gucken. Also manche können sehr integral wahrnehmen, also große komplexe Zusammenhänge. Und das kann man ein bisschen vergleichen mit, wenn man jetzt zum Beispiel einen Narzissten hat, der diese Eigenwahrnehmung zum Beispiel nicht hat. Der sitzt vielleicht vor so einem Puzzle, so einem Puzzlespiegel auf dem Tisch. 5000 Teile und da ist kaum was zusammen. Das sind alles irgendwie Einzelteile, die kein wirkliches Bild ergeben. Und ein Hochsensibler hat dann schon große Flächen zusammengelegt und kann grob erkennen, was das eigentlich für ein Bild ist. Und je mehr so ein hochsensibler Mensch zu sich selbst findet, desto mehr Puzzlesteine sind einfach zusammen. Irgendwann sieht man halt das große Bild. Und das ist eben so, als würde man einem Blinden die Farben erklären. Also deswegen funktionieren auch diese Beziehungen nicht, hochsensibel und narzisstisch. Da ist, also das Maß an Eigenwahrnehmung bestimmt einfach darüber, wie ich die Welt sehe. Und wenn der andere einen völlig anderen Blick auf die Welt hat und auf sich selbst, dann kann man da keine Brücke bauen. Also da muss man immer ein bisschen darauf achten, mit wem man zu tun hat oder wem man nah an sich ranlässt als Hochsensibler. Oder wenn Menschen sich selbst nicht besonders nah sind, die verstehen einen einfach nicht. Und ja, jeder, der hier zuhört vielleicht und hochsensibel ist, kennt das. Das kennen wir alle dann. Ja, hochsensible Arbeiten gerne, die sind sehr fleißig, die machen einfach gerne was. Das sind oft Selbstständige oder wenn die in Angestelltenverhältnissen sind, dann sind die meistens ein bisschen weiter oben irgendwie auf der Leiter. Oder aber die haben ihre eigenen Tätigkeitsfelder, wo die relativ frei machen können, was sie wollen. Ein Hochsensibler arbeitet am besten so, dass man den in Ruhe lässt, dass er sein Ding macht und man dem da nicht reinlabert irgendwie. Die machen das dann auch echt gut und also nichts mal natürlich gegen eine Arbeitsanweisung vielleicht von oben oder vielleicht mal eine Anregung. Aber im Großen und Ganzen sind das Menschen, denen man nicht viele Vorschriften machen muss. Und weil die auch sehr anständig sind und so dieses starke Wertesystem haben, sind das jetzt auch nicht Leute, die das ausnutzen oder sowas. Die sind sehr zuverlässig eben und arbeiten einfach super gerne. Das sind kleine Schöpfer, also die erschaffen einfach auch gerne was. Also viele Hochsensible, die machen einfach gerne was. Die haben Ideen im Kopf, die haben Zeug irgendwie, was sie umsetzen wollen. Und da reicht dann oft manchmal ein Menschenleben nicht aus. Die brauchen dann irgendwie eigentlich zehn oder hundert oder sowas. Da gibt es manchmal auch so eine innere Reizüberflutung von Ideen. Also das kann heute Schmuck sein, den sie plötzlich im Kopf haben, den man machen könnte übermorgen. Also haben sie ein Lied im Kopf, was sie irgendwie am liebsten mal aufschreiben würden, können aber vielleicht kein Instrument spielen. Dann haben sie eine Idee für einen Garten. Dann haben sie Bock irgendwie einen Kuchen zu backen mit irgendwelchen Zutaten, irgendwelchen exotischen. Oder haben plötzlich eine Idee fürs Haus oder welche Wand sie plötzlich in welcher Farbe anmalen wollen. Denn also die sind sehr kreativ oft. Die haben so eine kreative Flexibilität. Das muss nicht unbedingt künstlerisch sein. Es gibt auch eine mathematische Flexibilität oder eine, ja gut, ein Architekt ist natürlich auch kreativ. Aber es gibt eine technische Flexibilität auch. Das heißt, es müssen jetzt nicht alles nur Künstler und Sänger und Bildhauer sein oder so. Das können auch, hochsensible findet man in allen Berufsspachten eigentlich. Ja, also das ist ganz interessant, dieser Aspekt. Die arbeiten einfach super gern. Und ja, was auch eben in ihnen wohnt, ist, dass sie, weil sie so sensibel sind, sind sie auch Projektionsflächen sehr oft für andere. Sensibel heißt fühlend, spürend. Das kann nicht jeder Mensch. Das soll man nicht für möglich halten. Oder die, die fühlen, die glauben das nicht. Aber das ist so, es gibt viele Menschen, die erheblich weniger bis gar nichts fühlen. Menschen, die haben ganz große Schwierigkeiten, die haben manchmal so eine Art Gefühl als, eher so als mentale Figur. Es bleibt irgendwo da. Und die können das zum Beispiel gar nicht in ihrem Körper finden. Und das ist bei hochsensiblen ganz anders. Also neben einer starken Schmerzempfindlichkeit, die viele von denen haben, also denen tut Schmerz auch echt weh. Also das kann man ganz gut sehen. Wer sich jetzt fragt, wie soll man das vergleichen? Also alle Frauen, die schon mal ein Baby bekommen haben, haben vielleicht schon mal festgestellt, dass es ganz große Unterschiede gibt. Zum Beispiel darin, wie weh einer Frau eine Geburt tut. Da gibt es riesengroße Unterschiede. Ich habe da festgestellt, dass je sensibler Frauen sind, desto weher tun wehen auch. Und desto mehr Schmerz erleben die auch bei einer Geburt. Und es gibt Frauen, die etwas weniger sensibel sind. Und denen tut das schlichtweg nicht ganz so weh. Das sagen die auch zum Teil selbst. Die merken das selber, dass es wohl anderen Frauen mehr weh tut. Und ja, ich habe auch schon mal eine, die Mutter eines Freundes hat mal gesagt, für ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee bringe ich jeder Frau das Kind zur Welt. Also der hat das auch nicht so furchtbar weh getan. Also man kann das schon ein bisschen messen. Da gibt es unterschiedliche Schmerzempfindlichkeiten. Und das nur nochmal so als Nebenaspekt. Aber insgesamt ist die Fühlfähigkeit von Hochsensiblen sehr hoch. Und ja, Menschen, die sich selbst nicht besonders gut fühlen, die verdrängen einfach viel. Also ich erkläre das vielleicht mal so. Das ist umgekehrt proportional. Je mehr sich ein Mensch selber wahrnimmt, desto weniger verdrängt der. Also je besser ich mich selber wahrnehme, desto weniger habe ich verdrängt. Und je weniger ich mich wahrnehme, desto mehr verdränge ich. Also je weniger ein Mensch sich selber wahrnimmt, desto mehr verdrängt der. Das kennt jeder, der jetzt hochsensibel ist, der zuhört. Kennt das sicherlich aus der einen oder anderen Partnerschaft. Wenn man mal mit so Menschen verbunden war, die sich selber nicht besonders fühlen. Also ich sage jetzt mal Narzissen. Ich mag das Wort nicht so gern, aber gut, ich fasse das jetzt mal so zusammen. Dann weiß man, dass diese Menschen sich selbst nicht richtig fühlen. Und die verdrängen viel. Das merkt man relativ früh schon irgendwie. Und das bedeutet aber, deren Überlebenssystem, und Überlebenssystem heißt automatisiert. Das ist nicht etwas, was die aktiv tun, das passiert. Das ist wie in Physik, das ist wie ein osmotischer Ausgleich. Deren Überlebenssystem muss ein Teil, einen Teil der verdrängten Ladung auswerfen und die übertragen das auf jemanden, der das fühlen kann. Und wenn man jetzt hochsensibel ist und im Weg rumsteht, ja, dann kriegt man das auch ab. Das heißt, hochsensible fühlen ganz viel für andere. Die fühlen ganz viel von diesen, die fühlen ganz viel die verdrängten Inhalte. Also das ist auch nicht irgendwie bildlich gemeint oder so, sondern das ist direkt gemeint. Also wer hochsensibel ist, hat schon oft die verdrängten Inhalte, den unverarbeiteten Schmerz eines anderen Menschen gefühlt oder den Lebensstress oder Schuldgefühle, toxische Scham und alles Mögliche. Also da sind alle Empfindungen irgendwie auch bei. Und solange man das nicht weiß, rennt man da ja auch immer wieder rein. Also das muss man wissen. Und natürlich ist es auch so, wenn man als hochsensibler an dem Schmerz auch reift, unter dem man oft leidet, dazu ein anderes Mal mehr, wenn man da dran reift, dann schrumpfen auch diese Projektionsflächen. Also man hat nachher überhaupt keine Affinität mehr dazu. Das passiert dann eigentlich gar nicht mehr, also kaum noch. Das kann mal sein, dass man irgendwo, wenn man auf einer Behörde war oder der Stromabbläser kommt, dass man da mal irgendwie einen abkriegt oder so. Aber man hat diese Menschen einfach nicht mehr so nah um sich rum. Das passiert dann nicht mehr. Also das kann sich total verändern. Das muss nicht ewig bleiben. Aber solange das noch so im Rohzustand ist, ist es tatsächlich so, dass man sehr viel Projektionsfläche wird für andere. Und dadurch wird man auch sehr viel zum Sündenbock. Also diese Kombination von einem größeren Wahrnehmungsradius, also die sehen ja auch als Kinder schon mehr als den Eltern oder der Familie manchmal lieb ist. Das muss auf jeden Fall auch gedeckelt werden. Und da eignet sich das wunderbar, diesen hochsensiblen kleinen Menschen als Sündenbock herzunehmen und alles, was schief läuft, auf diesen Menschen zu übertragen, was natürlich super, super brutal ist. Da haben viele Hochsensible in jungen Jahren sehr darunter gelitten. Und das Gemeine ist, das ist dann nicht nur im Elternhaus so, sondern das passiert dann auch in der Schule, das passiert im Freundeskreis. Und ja, in späteren Jahren passiert es dann in Beziehungen und an Arbeitsstellen. Also das ist allerdings nur so lange der Fall, wie ein hochsensibler Mensch nicht hergeht und daran reift. Wenn man daran reift, verschwinden diese Sachen. Ja, als Kinder sind Hochsensible oft ein bisschen anders gewesen, manche sehr anders, andere nur ein bisschen anders. Aber ich glaube, man findet kaum einen Hochsensiblen, der nicht sagt, ich war als Kind irgendwie anders. Und ja, das drückt sich mit verschiedenen Dingen aus. Das kann sein, es gibt hochsensible Kinder, die ganz, ganz still waren in der Schule, ganz schüchtern, die ganz, ganz sich ganz viel auch schützen mussten und haben lieber gar nichts gesagt. Dann werden sie vielleicht auch nicht angegriffen oder haben da schon irgendwie Schüchternheit. Hat ja auch viel mit Scham zu tun, beziehungsweise das ist Scham. Und zwar, wenn es eine starke Schüchternheit ist, auch schon eine toxische Scham und keine gesunde mehr. Ja, und das haben ganz viele Hochsensible gehabt, vor allen Dingen auch, ich sag mal so, entlang ihres Naturells. Es gibt ja unter den Hochsensiblen auch temperamentvollere und andere, die sind in ihrem ganzen, in ihrer ganzen Natur etwas ruhiger. Die neigen vielleicht tatsächlich dann mehr dazu, in jungen Jahren so stiller zu sein. Ja, dann gibt es Hochsensible, die waren schlichtweg der Klassenclown, die waren der Störenfried. Die haben irgendwie, die haben manchmal auch so starke kreative Impulse oder müssen die unbedingt was loswerden. Das kann dann passieren, dass die mitten im, ja bei uns hieß das damals noch rechnen, nicht Mathe, genau, in der Grundschule aufzeigen und wollen einen Witz erzählen oder sowas. Oder eine Geschichte erzählen oder, ne, da musste man zum Teil noch aufstehen, wenn man sprach. Dann haben die vielleicht auf irgendwas Antwort gegeben und haben dann angefangen zu quasseln und irgendwas zu erzählen. Das sind Hochsensible. Also, denen passiert sowas. Und was die halt auch haben, die haben sehr oft eine sehr starke Fantasie. Also manche, bei manchen ist das so stark ausgeprägt, dass die in so einer richtigen Fantasiewelt leben, in so einer Parallelwelt. Die müssen dafür nicht unbedingt traumatisiert sein. Also traumatisierte Kinder machen das auch, aber nicht nur. Aber ich sag mal, wenn ein hochsensibles Kind schwer traumatisiert ist, dann könnte das, ist das eine nicht ganz unwahrscheinliche Lösung, von dieser kleinen Psyche das so zu regeln, dass es eine heile Fantasiewelt gibt, wo alles möglich ist, wo sie selber mehr anerkannt werden, mehr respektiert werden und vielleicht ein bisschen der Held sind und stärker sind. Und das gibt es ja schon mal nicht, dass da plötzlich so Lebensgefährten sozusagen auftauchen. Dann haben die irgendwie einen Freund in ihrem Innern, der läuft irgendwie mit, bis die 14 sind oder so. Also das gibt es alles. Es gibt so ganz ausgeprägte Fantasiewelten. Aber wenn sie halt nicht in einer Fantasiewelt leben, in so einer Parallelwelt, dann ist es aber mindestens so, dass die eine sehr rege Fantasie haben. Die lesen gerne als Kinder, mögen gerne Geschichten und ja, dann daran schließt sich auch an, dass die gerne träumen. Das sind auch oft so Träumerle, gerade in jungen Jahren. Hochsensible müssen auch so ein bisschen trödeln können. Wenn die nicht trödeln können, dann fehlt wirklich was. Also die muss man, glaube ich, so hochsensible Kinder muss man, glaube ich, so damit auch in Ruhe lassen. Also den muss man zumindest in diesen Raum einräumen. Also wenn man ein hochsensibles Kind hat, würde ich es morgens ein paar Minuten früher wecken, damit es ein bisschen trödeln kann. Die können Eile nicht gut vertragen. Und ja, dieses Trödeln und Träumen ist was sehr hochsensibles. Ja, und das tun die natürlich dann auch gerne in der Schule. Um da nochmal darauf zurückzukommen, wenn die so anders sind, als Kinder halt anders sind. Und das macht sich in der Schule bemerkbar. Dann sind das die Kinder, die eben aus dem Fenster gucken und träumen oder die ständig im Gespräch sind mit dem Nachbarn oder so. Und deswegen dann auch schon mal Ärger kriegen. Ja, das sind nicht immer, aber sehr, sehr oft sind das hochsensible Kinder. Ja, was macht sie noch aus? Ja, dass sie so empfindsam sind und so spürend sind, führt natürlich auch zwangsläufig dazu, dass sie Mitgefühl haben. Und einfach so auch spüren, wenn es anderen nicht gut geht. Und die sind einfach ein bisschen einfühlsamer. Und das auch in Altersklassen, wo Kinder, es gibt ja so Altersklassen, da sind Kinder nicht besonders einfühlsam. Das schwankt ja immer so über diese Lebensjahre, bis man erwachsen ist. Und auch junge Erwachsene sind das auch nicht unbedingt. Das kommt nachher wieder. Und bei Hochsensiblen ist da immer was von da. Aber auch das unterliegt Schwankungen natürlich auch bei denen. Und ja, die lieben Tiere. Die sind, ich glaube, die sind alle unheimlich tierlieb. Also ich weiß es von, ich weiß es eigentlich von allen, die ich kenne. Also auch so in meinen Beratungen oder so kommt das immer wieder vor. Ich weiß es nicht ganz verabsolutiert. Also diejenigen, die Tiere vielleicht nicht mögen oder nicht so ein Draht dazu haben, das dürften ganz wenige Hochsensible nur sein. Also in der Regel mögen die Tiere sehr gern und auch die Natur sind meistens sehr naturverbundene Menschen. Und Hochsensible, die lieben Wasser. Und zwar nicht unbedingt schwimmen. Also manche schwimmen auch sehr gerne. Aber die mögen unheimlich gerne im Wasser sitzen. Weil Hochsensible natürlich auch gerne schon mal ein Feuerwerk in der Birne haben. Dann kommen manchmal so viele Sachen zusammen. Dann wird auf einen übertragen. Dann hat man wieder was für jemanden gefühlt. Dann hat man irgendwie einen Fantasieschub gehabt. Und ist vielleicht irgendwo unter Zeitdruck geraten. Hat mit dem großen Wahrnehmungsradius viel wahrgenommen. Und da gibt es da oben schon mal so kleine Kurzschlüsse. Und das Beste, was man machen kann, ist, wenn man mal einmal um den See rum geht. Oder sich an den Rand setzt und einfach aufs Wasser schaut. Das ist genau das, wo ein Hochsensibler total runterkommt. Und sich ganz stark beruhigt. Und der Verstand auch wieder zur Ruhe kommt. Und es einfach still wird oben. Und im ganzen Körper, im ganzen System. Und ja, das würde ich auch jedem Hochsensiblen empfehlen. Darauf zu achten, dass man sowas hat. Also wenn man Hochsensibel ist und Wasser liebt, sollte man da gut für sich sorgen. Und schauen, dass man irgendwie auch Wasser in der Nähe hat. Ich kenne viele Hochsensible, wenn die umziehen oder sowas. Dann gucken die als erstes bei Google Maps. Dann schalten die das Ding auf Kartenansicht. Da kann man ja sofort sehen, wo irgendwas blau ist. Und dann gehen die das als erstes irgendwie auschecken. Und gucken mal, ob man da gut spazieren gehen kann. Ob das ein schöner Ort ist, wo man sich mal aufhalten kann. Also das ist ganz, ganz wichtig. Hochsensible haben auch eben besondere Bedürfnisse, zum Beispiel am Wasser zu sein oder auch alleine zu sein. Und das ist wahnsinnig wichtig für Hochsensiblen, dass man das ernst nimmt und dem auch Raum gibt. Denn Hochsensible müssen sich immer wieder neu einjustieren. Die müssen sich wieder so resetten. Und dann sind sie eben auch wieder in ihrer Kraft und können gut arbeiten und sind sich selbst und auch anderen auch wieder dienlich und können dann wieder weiter schöpfen und ihren Projekten und Dingen nachgehen. Ja, was haben Hochsensible noch für Eigenschaften? Die haben einen sehr, sehr, sehr starken Freiheitsdrang. Hochsensible wollen frei sein. Und zwar nicht frei von irgendwelchen Regeln oder sowas. Im Gegenteil, die haben ihr Wertesystem, wie gesagt. Und daran wollen die sich auch zunehmend orientieren. Das heißt, die haben schon klare Regeln eigentlich in sich. Aber Freiheit ist eben nicht Regellosigkeit und Grenzenlosigkeit, sondern Freiheit ist was ganz anderes. Das ist, wenn man sich von Limitierungen befreit. Und um sich von Limitierungen zu befreien, also Muster, die wir in unserem Überlebenssystem haben, also alles das, was uns erst mal nicht erlaubt, all das zu tun, was wir tun wollen. Dahin geht dieser Freiheitsdrang, dass man diese Limitierungen los wird. Und die wird man paradoxerweise nur los, wenn man klare Grenzen und Bedürfnisse hat und ein klares Wertesystem. Ohne das hat man keine Referenzgrößen. Und bei Hochsensiblen ist das ganz stark ausgeprägt. Die wollen frei sein, die oder der zu sein, der man halt ist. Die wollen frei sein, zu denken und zu fühlen, was eben zu denken und zu fühlen ist. Die wollen in ihrer Wahrnehmung frei sein können. Die haben ein sehr frühes Empfinden dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Die haben ein Gefühl dafür, dass die Realität so, wie man uns das beigebracht hat, dass da ein paar Sachen möglicherweise faul sind. Und die wollen einfach Dinge rauskriegen. Die wollen wissen, was hier wirklich los ist. Die wollen wissen, wie es wirklich ist. Und die wollen vor allen Dingen auch so leben wollen oder leben können, wie das in ihnen angelegt ist. Also zum Beispiel ganz viele Hochsensible sind eben naturverbunden und würden am liebsten am Meer leben oder in den Bergen oder in Nevada in der Wüste oder sowas. Und wenn man sehr unter Limitierungen, an erzogenen Limitierungen oder erworbenen Limitierungen leidet, dann kann man das nicht einfach so. Und da ist sehr oft ein ganz starker Drang, das loszuwerden. Die sind manchmal wie so Löwen im Käfig und wollen einfach aus diesen Gittern raus. Und gleichzeitig sind das aber die verbindlichsten Menschen, die man kennt. Die sind sehr zuverlässig. Die sind gründlich in ihren Dingen. Also das sind keineswegs unverbindliche Menschen. Ja, was haben sie noch? Sie haben ganz oft ganz frühe Erinnerungen. Es fällt auf, dass Hochsensible sich, die haben nicht unbedingt alle ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Das ist durchschnittlich, meiner Erfahrung nach. Aber die haben ganz, ganz, ganz frühe Erinnerungen. Die sind, die können sich an einen Treppensturz erinnern, wo die Eltern sagen, ja, da warst du noch kein Jahr alt. Die können sich an irgendeinen Krach oder irgendeinen Lärm erinnern, als sie kleinen Kinder waren. Die können sich an Wohnungen erinnern, wo sie mit anderthalb gewohnt haben. Das fällt auf. Und dann möchte ich noch eine Sache sagen. Und das ist mir ganz wichtig, wenn es darum geht, dass ein hochsensibler Mensch vielleicht anfangen kann, Frieden mit seiner Hochsensibilität zu schließen. Hochsensible Menschen, also dieser Wahrnehmungsradius, den die haben, der macht sie intelligent. Das sind alles keine dummen Leute so. Das sind sehr intelligente Menschen. Empathie ist eigentlich, vor allen Dingen, wenn das eine entwickelte Empathie ist, ist gleichzusetzen mit Intelligenz. Wo kommt denn Intelligenz wirklich her? Das kann ja nicht nur booksmart sein, irgendwie hunderttausend Bücher gelesen. Erst wenn man dieses Feingefühl hat, Teile, die Puzzleteile richtig zusammenzusetzen, dann ist man wirklich intelligent. Und das ist in hochsensiblen angelegt. Ja, das war mal so meine Auflistung, wie ich das so sehe. Und wie ich das auch so in vielen Beratungen ich habe ja so um die 40.000 Beratungen gemacht schon und habe natürlich mit vielen Menschen gesprochen. Das heißt, ich habe schon irgendwie auch einen zuverlässigen Querschnitt dieser Dinge und habe diese Dinge über viele Jahre sehr genau beobachtet und kann nur sagen, also wer hochsensibel ist, ist absolut gesegnet. Aber es ist sehr, sehr ratsam, diesem Freiheitsdrang nachzugeben und wirklich rauszukriegen, wer man selber ist. Und wie die Dinge richtig gehören, damit sich dieses wunderbare Wesen auch total entfalten kann. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, auf meiner Website mal vorbeizuschauen, tanja-grundmann.de Da gibt es noch weitere Artikel zum Thema, auch zu toxischen Beziehungen und noch zu anderen Themen. Schaut euch mal um. Da ist auch mein Beratungsangebot und die E-Books. Ja, dann alles Liebe und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.